Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66 Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend habe ich mich über Skype wieder eingefunden mit zwei wunderbaren Brüdern im Christus, nämlich Michael aus der holländischen Grenzregion und Victor aus der Hamburger Region. Und wir haben uns eingefunden, hier um heute die 25. Lesung anzugehen des zweiten Bandes von Karl Theodor Griesinger über sein Werk über die Jesuiten, über ihre geheime und offene Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt, Mitte des 19. Jahrhunderts. 1872 erschien, glaube ich, dieser zweite Band, 1866 der erste. Und wir sind inzwischen so weit fortgekommen, dass wir im vorletzten Buch im letzten Kapitel sind. Das ganze Werk, die zwei Bände, bestehen aus sieben Büchern. Wir sind im sechsten Buch, im sechsten Kapitel und das heißt irgendwas mit Königsmördern, das werdet ihr gleich sehen. Aber bevor wir da hingehen, möchte ich natürlich erstmal meine beiden Brüder in Christus euch vorstellen und möchte sie herzlich einladen, an dieser Lesung teilzunehmen. Ich fange an mit dem, der regional ein wenig dichter bei mir sitzt, das ist nämlich der Michael. Herzlich willkommen, Michael, zur Lesung. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut. Wunderschönen guten Abend, euch allen auch. Mir geht es einigermaßen gut. Und heute können wir jetzt auch gerne das nächste Kapitel im nächsten Land durchnehmen, denn das, was an Geschichte schon gelaufen ist, kann uns ja nicht mehr großartig Sorgen machen. Das ist ja alles schon gelaufen. Von daher ist es ja schon ein bisschen wie Relaxen, ein bisschen wie Urlaub vom sonstigen Alltag. Der ganze Wahnsinn, der um uns herum tobt, den wir in anderen Lesungen besprechen, der ist jetzt vergessen, weil wir machen uns jetzt auf den Weg in die Geschichte. Und da gebe ich jetzt direkt weiter nach Norddeutschland in das schöne Hamburg. Ein waschechter, ja, wie nennt man das? Sohn von der Waterkant. Ein Hamburger Butsche. Butsche heißt das? Ja, Butsche. Butsche, okay. Hallo, Viktor. Ja, moin, moin. Und wie pflegen wir jetzt zu sagen, oder wie pflegen die Menschen zu sagen in Frankreich? Sie sagen dann, bonsoir, mon frère. Wir sprechen heute ein wenig über Frankreich. Also erstmal nochmal Hallo in die Runde und seid gegrüßt. Das waren nochmal so ein paar Brocken, die ich noch irgendwie in Erinnerung hatte aus der Schulzeit, was noch so hängen geblieben ist. Und ja, ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir sprechen gleich ein wenig über Frankreich und da bin ich mal gespannt, was uns gleich der Jörg dazu erzählen wird. Und was ich gerade noch ganz interessant fand, das haben natürlich jetzt die Zuschauer, die Zuhörer nicht mitbekommen. Aber ich glaube, ich habe jetzt mal so ungefähr auch so eine Idee gehabt, wie sich das damals so in der Art ungefähr vielleicht abgespielt hat, als die Menschen damals die King James Bibel verfasst haben. Beziehungsweise da diese, ja. Also du weißt, was ich meine jetzt, wie es dazu gekommen ist und wie sich das ergeben hat. Und ja, war gerade ganz interessant. Kannst du dir vielleicht nochmal was sagen, aber ich gebe das Wort dann erstmal wieder ab. Die König James Bibel wurde ja übersetzt von einem Komitee, das König James, der Erste von England, der Sechste von Schottland, eingesetzt hat. Das Komitee war an drei verschiedenen Orten. Es war in Oxford, in Cambridge und der dritte Ort fällt mir jetzt gerade nicht ein. Sechs Gruppen, jede Gruppe bestand aus neun Personen, dass man also immer eine unpaare Nummer hatte, ja, also eine ungerade Nummer. 54 Leute in total und die haben sich sieben Jahre lang darum bekümmert, um die originalen masoretischen, im Hebräisch und Aramäisch geschriebenen, bewahrten Texte des Gesetzes und der Propheten, was wir im Allgemeinen das Alte Testament nennen, und den griechischen Koine-Text, der hauptsächlich basiert auf der Arbeit von Erasmus. Im Griechischen, um das zu übersetzen in das damalige wunderbare Englisch, von dem heute genauso wenig übergeblieben ist, wie von unserem wunderbaren Deutsch. Weil das, was wir heute Deutsch sprechen, ist im Grunde für einen, der vor vier, fünfhundert Jahren in Deutschland gelebt hat, nur noch Kauderwelsch. Und das Schöne an der Diskussion oder Lesung, die wir heute Abend haben, das ist ja die Lesung von Karl Theodor Griesinger. Das Buch kommt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, ist der Griesinger, das habt ihr ja wohl schon gemerkt, weil es sind ja inzwischen schon 25 Lesungen hier im zweiten Kapitel und ich glaube 38 oder 37 im ersten Buch, also das sind ja schon fast, oder über 60 Lesungen in total. Da habt ihr ja auch gemerkt, der Griesinger hat einen ganz tollen Sprachreichtum, auf den er zurückgreifen kann, eine Ausdruckweise, die es ihm ermöglicht, wunderbare Sätze zu machen, die teilweise einen ganzen Absatz, sogar eine halbe Seite lang sind. Probiert das mal mit dem, was wir heute Deutsch nennen, noch zu machen, oder mit dem, was wir heute noch Englisch nennen, zu machen. Diese alten Sprachen sind unglaublich reich und unglaublich schön. Und ja, wir hatten gerade eben ein wenig über die Übersetzungen gesprochen und hatten die König-James-Version in verschiedenen Stellen verglichen mit der Schlachter und mit der Luther und haben dann doch alle drei, glaube ich, mehr oder weniger einstimmig feststellen müssen, es gibt zur englischen König-James-Bibel keine wirkliche Alternative. Bevor wir jetzt in die Lesung reingehen, habe ich nochmal eben etwas in eigener Sache. Ihr wisst ja, dass ich ab und zu gerne mal euch eine E-Mail zeige von Leuten, die auf meinen Videos kommentieren. Ich habe da heute wieder eine wunderbare Mail empfangen und ich möchte euch das nicht vorenthalten, bevor wir losgehen. Deswegen zeige ich euch das mal. Daniel Penske hat auf das Video, das ich heute hochgeladen habe, hinter den Diktatoren 41, also das ist ja das Buch, das Bruder Victor, der hier uns bei den Lesungen auch begleitet, ganz aus dem Englischen übersetzt hat. Wir sind hier in der Hälfte des Nachtrags, Nummero 4. Da hat Daniel Penske heute drauf kommentiert und er schreibt, Guten Tag, ich habe schon viele Dokus über die Bilderberger gesehen. Deutsche, zum Beispiel von Andreas von Reti aus dem Kopp Verlag, wie auch US-amerikanische, zum Beispiel von Alex Jones auf Deutsch oder Alexander Benesch vor Jahren übersetzt. Auch ein Buch von Gerhard Wischniewski über die Bilderberger habe ich vor Jahren mal gelesen. Und dennoch ist das Video hier das Beste von allen. Vielen Dank dafür. Wir haben in etwas über einer Stunde hier eine kurze Geschichte der Europäischen Union und der Bilderberger und wie die zwei Dinge zusammenhängen besprochen. Und dafür hat sich der Daniel hier sehr freundlich bedankt. Wofür? Mein Dank für die Anerkennung dieser Arbeit und natürlich auch die Hoffnung, dass dies andere Leute auch dazu bringt, sich mit den Dingen so zu beschäftigen, dass sie es in einer Stunde von uns dreien, das waren ja auch Michael und Victor, wir drei zusammen, natürlich begleitet vom Heiligen Geist, die uns hingesetzt haben und die dieses Buch da gelesen haben und die diesen Nachtrag da gelesen haben, das Papier von Richard Bennett und Michael DeSemnion. Und es ist weiterhin immer unsere Hoffnung und in unsere Gebete eingeschlossen, dass mehr Leute zu dieser Erkenntnis kommen mögen. Wer es auf die Art und Weise nicht schafft, der schafft es vielleicht mit dem Buch von Griesinger. Deswegen fahren wir da jetzt fort. Wie gesagt, die Königsmörder in Frankreich heißt das nächste Kapitel, das sechste Kapitel im sechsten Buch. Und danach haben wir noch das siebte Buch mit drei Kapiteln vor uns. Wir sind auf Seite 290 von 419, wer gerne mitlesen möchte. Und ich fange dann jetzt mal an. Und meine Brüder Michael und Victor wissen natürlich, dass sie mich immer gerne unterbrechen können, wenn sie einen Kommentar haben, der ihnen so auf der Zunge liegt, dass sie ihn nicht fünf Minuten behalten können. Und das habe ich auch am liebsten spontan. Und so funktionieren die Videos, die ich mache, so funktionieren die Lesungen, die ich gerne mache. Eine gewisse Spontanität muss dabei sein und eine Reaktion von anderen Personen. Es ist nicht nur ich, der hier redet. Aber es ist ich, der hier liest. Also, fangen wir an. Sechstes Kapitel im sechsten Buch, die Königsmörder in Frankreich. Natürlich sprechen wir über diejenigen, die Königsmörder bereits in ihrem Eid drin haben. Jetzt fange ich gleich wieder mit dem Kommentar, fange ich noch nicht mehr an zu lesen. Nein, wie wir wissen, im Eid der Jesuiten ist da ja eine Person, die da eine Fahne hat, die da einen Bord hängen hat, worauf geschrieben steht I-N-R-I, Justrum Neckar Regis Impius. Und ich kann das nie so gut sagen, wie ich glaube, Victor hat das unglaublich gut drauf zu sagen, wie das in Deutsch heißt, ne? Ja, das waren die, es ist rechtens alle pietätlosen und kätzerischen Herrscherkönige zu beseitigen. So sind wir mit. Genau das ist das. Und das heißt, diese Herrscher zu beseitigen, das sind die Königsmörder. Also, wir sprechen hier natürlich, oh, große Überraschung, über die Jesuiten. Die Königsmörder, die Jesuiten in Frankreich. In keinem Lande der Welt haben die Söhne Loyolas ihre Theorie vom Königsmord so viel und so gewaltig zur Anwendung gebracht als in Frankreich. In keinem anderen Lande aber stand ihr Interesse so oft und so stark auf dem Spiele als eben in Gallien. Der Leser weiß aus dem hervorgegangenen oder vorhergegangenen, dass die Jesuiten gegen das Ende des 16. Jahrhunderts den Plan fassten, die ganze europäische Christenheit in eine Universalmonarchie unter dem Zepter des total von ihnen abhängigen Hauses Habsburg, das damals bereits über einen großen Teil der Welt, nämlich über Spanien, Portugal, Unteritalien oder Welschland, die Niederlande, Deutschland und Ungarn geboten zu vereinigen. Besagten Plan zu verwirklichen, also mit anderen Worten eine frühe Europäische Union, ja? Besagten Plan zu verwirklichen stifteten sie in Frankreich die Partei der Guisen. Und man hätte diese Partei daher ebenso gut die Spanische benennen können, indem sie sich hauptsächlich durch das Geld und die Truppen, welche der spanische König Philipp II, der zum Universalmonarchen ausersehene Regent, spendete, aufrecht erhielt. Nochmal eben zum Verständnis. Das, was die Jesuiten in Paraguay in einem Land probiert haben, das war natürlich auch ihr Ziel für Europa erstens und danach für die ganze Welt. Vor dem großen Publikum übrigens schwiegen die Söhne Loyolas von ihrem Vorhaben. Die Krone Frankreichs in die Hände Philipps II. zu spielen, wohlweislich ganz stille und nur die innigsten Anhänger dieser Sozietät wurden in dieses Geheimnis eingeweiht. Die große Masse dagegen, sowie insbesondere dem regierenden Königshause, suchte man den Glauben beizubringen, die guisische Partei sei, Zitat, Das ist die Partei derer, welchen die Verteidigung und Ausbreitung des römischen Katholizismus am Herzen liege und es müsse daher jeder Franzose, welcher es nicht ketzerischerweise mit den Huguenotten halte, notwendigerweise derselben beitreten. Oder wie George W. Bush 2001 gesagt hat, Wenn du nicht mit uns bist, dann bist du ein Terrorist. Damals nun herrschte über Frankreich Heinrich III. und zwar von 1574 bis 1589. Ein schlechter Mensch und Regent, wie die ganze Brut der florentinischen Wölfel. So nennt ein gleichzeitiger Schriftsteller die Königin Katharina von Medici, die ja mitverantwortlich war für das St. Bartholomeus-Massaker 1582, wo sie König Heinrich III. übrigens geheiratet hat. Dagegen aber ein sehr guter Katholik und namentlich ein bigotter Anhänger der römischen Priesterschaft. Das Wort Bigotterie habe ich ja nun schon zur Genüge in meinen Videos erklärt. Ihn überredeten daher die Jesuiten, also König Heinrich III. mit Leichtigkeit, dass er dem Guisischen Bunde beitrat. Und er beschwor diese Verbindung später, am 19. Juli 1588 zu Blois, sogar auf die Hostie. Also die Eucharistie mit der Transubstantiation, der Wesensveränderung des Brotes in den Leib und die Seele, das Fleisch und Blut, die Menschlichkeit und Göttlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Allein gleich darauf vertraute ihm ein Überläufer das Geheimnis der Guisischen League an. Und da er sich bei genauerer Untersuchung hinlänglich davon überzeugte, dass es sich in der Tat und Wahrheit um eine Thronrevolution zugunsten des Habsburgers Philipps II. handele, so beschloss er diesem Plan durch einen Gewaltakt zuvor zu kommen. Er ließ also am 23. Dezember 1589 den Herzog von Guis neben dessen Bruder, den Kardinal von Lothringen, ermorden und bemächtigte sich des Kardinals von Bourbon, des Erzbischofs von Lyon, des Prinzen von Jeanville und des Herzogs von Rever. Gewiss, ein harter Schlag für die League, aber sie verlor deswegen noch den Mut nicht und erkorr sich sofort den Herzog von Mayenne, den Bruder der beiden ermordeten Guisen, zum Haupte. Ja, die Stadt Paris rief ihn sogar zum Generalstadthalter des Reichs aus. Und die Sorbonne sprach das Volk von Frankreich von allem Gehorsam gegen den König los. Also mit anderen Worten, die Sorbonne, die jesuitische Universität in Paris, hat mit anderen Worten ein Interdikt auf den König gelegt. In dieser großen Not blieb letzterem nichts übrig, als sich in die Arme seines Schwagers, des großen Führers der protestantisch-hugonotischen Partei, Heinrichs von Navarra, zu werfen und am 30. April 1589 schlossen beide Fürsten ein Bündnis auf Leben und Tod. Drauf vermehrten sie ihre vereinigten Armeen bis auf 40.000 Mann und zogen sofort gegen Paris heran, das vom Herzog von Mayenne verteidigt wurde. Die Belagerung begann und rückte rasch vorwärts, trotzdem der Papst den Parisern durch eine Bannwolle, welche er jetzt gegen Heinrich III. sowohl als gegen Heinrich von Navarra schleuderte, zu Höfe kommen suchte. Bereits traf man Anstalten zum Sturme und am glücklichen Erfolge war nicht im geringsten zu zweifeln, weil die Belagerten anfingen, von an allem Not zu leiden. Da versuchte es, ein junger, fanatisierter Dominikanermönch mit Namen Jacques Clément durch eine Bluttat den Ereignissen eine andere Wendung zu geben und es gelang ihm dies auch durch seine fast außerordentliche Frechheit. Er ging nämlich in Paris, wo er sein Domizil hatte, zu dem Grafen von Brienne, von dem er wusste, dass er ein geheimer Anhänger Heinrichs III. sei und bat diesen, um einen Pass nebst einem Empfehlungsschreiben an den König, da er dem Letzteren außerordentlich wichtige Angelegenheiten die Ligue betreffend zu eröffnen habe. Der Graf willfahrte der Bitte des Mönchs, ohne das geringste Misstrauen zu fassen und mit dem erbeteten Pass und Schreiben versehen, eilte Clément am 31. Juli 1589 in das königliche Lager von St. Claude, zwei Meilen westlich von Paris. Den anderen Morgen früh um sieben Uhr führte ihn der Generalprokurator Jacques de la Gersle in Person zum König, der bereits aufgestanden war, und Clément überreichte sofort das Schreiben des Grafen von Brienne. »Ihr habt mir äußerst Wichtiges mitzuteilen, schreibt mir hier der Graf«, sagte nun Heinrich III. »Wohl an, ich bin bereit zu hören.« Der Mönch kreuzte die Arme und warf einen Blick auf den Generalprokurator sowie auf die beiden ebenfalls anwesenden Adjutanten des Königs, den Oberst Montpessat und Lornan und den Jean von Lévy, Baron de Mirpoix. Daraufhin gab Heinrich III. diesen Dreien ein Zeichen, sich auf Gehörweite zurückzuziehen. Und so wie dies geschehen war, trat Clément hart auf den Monarchen zu. Statt aber zu sprechen, zog er ein scharfes Messer aus seinen weiten Ärmeln hervor und grub dieses dem Könige tief in den Unterleib. Heinrich schrie laut auf und riss zugleich das Messer aus der Wunde, um es seinem Mörder ins Gesicht zu stoßen. Dann aber fiel er zurück und verlor sofort das Bewusstsein. »Der König ist tot«, schrien nun die zwei Offiziere nebst dem Generalprokurator und warfen sich alle zumal auf den elenden Mönch, den sie wohl zwanzigmal mit ihren Säbeln durchbohrten. Auch hörten sie nicht eher auf, nach ihm zu stechen, als bis er vollständig tot zu ihren Füßen lag und jetzt erst dachten sie daran, die Ärzte herbeizuholen, ob nicht vielleicht der König doch noch zu retten wäre. Er war aber nicht zu retten, sondern starb schon 24 Stunden darauf, am 2. August in der Früh. Das war der erste Königsmord, der in Frankreich begangen wurde. Und natürlich forschte man nun mit allem Eifer nach, wer wohl den fanatischen Mönch zu der grässlichen Tat gedungen haben werde. Man bekam aber, weil man sich sogar sehr beeilt hatte, den Mörder gleich nach begangener Tat aus der Welt zu schaffen, statt ihn vorher ordentlich zu verhören und auszuforschen, nur ungenügende Anhaltspunkte und es lässt sich also selbst jetzt noch nicht mit historischer Bestimmtheit sagen, wessen Werkzeug Jacques Clement gewesen sei. Doch deuten alle Anzeichen darauf hin, dass die Söhne Loyolas wenigstens die Hände mit im Spiel hatten, indem sie eben damals laut von den Kanzeln ihrer Kirchen herab verkündigten, dass derjenige ein äußerst verdienstliches Werk begehen würde, der den gegenwärtigen Nero-Sardanapal, ja, wenn ihr mich nicht verbessert, dass das was anderes heißt, dann nehme ich jetzt mal an, dass das heißt Nero-Sardanapal, das ist den König Heinrich III. ins andere Leben befördere. Auch stellten sie alsbald nach vollbrachten Morde in Toulouse und anderen Orten öffentliche Gebete, Prozessionen und sonstige Freudenbezeugungen an und festierten allenthalben den Clement als einen heiligen Märtyrer für die gute Sache. Tja, eines ihrer hervorragendsten Mitglieder, der von ihnen so hoch gepriesene Mariana, nennt die elenden Mörder gar die ewige Ehre Frankreichs, Aeternum Gallia Desus. Und von dem Verbrechen selbst sagt er, wo hier der Brunnen aufgeführt ist, Zitat, es sei eine herrliche, ausgezeichnete Tat gewesen, aus welcher sich die übrigen Herrscher eine Lehre ziehen könnte. Ende Zitat. Das werden bestimmte Leute in bestimmten Kreisen auch nach der Ermordung von John F. Kennedy gesagt haben. Ganz ähnlich drückten sich andere jesuitische Schriftsteller aus und die mindeste Lobeserhebung war noch die, dass sie ihn, den feigen Meuchelmörder, mit der Judith, dem Eleazar oder dem Makabeus verglichen. Kurz, so viel ist sicher. Einmal, dass, wenn es auch die Hand eines Dominikaners, war, welche den letzten der Valois tötete, dieser Dominikaner seinen Entschluss zu Morde aus der Lehre der Jesuiten vom Königsmord schöpfte und zum Zweiten, dass die Söhne Loyolas durch die tollen Lobeserhebungen, welche sie die Mörder in ihren Schriften wie in ihren Predigten zollten, sich unbedingt zu Mitschuldigen an der begangenen Tat machten. Es wurde aber keiner von ihnen vor Gericht gestellt, sondern der Einzige, der als Beteiligter die Todesstrafe erlitt, war der Dominikaner-Pater Edmund Bourguin, Prior des Klosters, in welchem Jacques Clément als Mönch lebte. Ihn verurteilte anno 1590 das Parlament von Thurs, von vier Pferden zerrissen zu werden, einzig und allein deswegen, weil er geständig war, von dem Vorhaben Clémants gewusst und doch keine Anzeige gemacht zu haben. Nach Heinrich III. bestieg, sowohl erst nach den Kämpfen mit der Ligue, Heinrich von Navarra unter dem Titel Heinrich IV. den französischen Königsthron und schwur sofort, um den Vorurteilen des katholischen Teils seiner Untertanen, der bei weit größeren Hälfte von Frankreichs Einwohnerschaft, entgegenzukommen, am 25. Juli des Jahres 1593 und sich feierlichst seinen protestantischen Glauben ab. Dieser König, von dem werden wir noch lernen, ist einer der besten Könige, die Frankreich jemals hatte. Heinrich IV. Wartet mal ab. Die Katholiken Frankreichs hatten also jetzt keinen Grund mehr, diesen Fürsten, dessen Recht zur Nachfolge auf dem Königsthron über allen Zweifel erhaben war, zu bekämpfen. Und zwar umso weniger, als ihn sogar Antichristpapst Clemens VIII gleich nachher vom Banne, den schon Sixtus V. auf ihn geschleudert hatte, lossprach. Auch ward nun Heinrich IV. in der Tat von fast allen seinen bisherigen Feinden als König anerkannt. Und ganz Frankreich atmete tief auf, als die Bürgerkriege, durch welche es bisher so furchtbar verheert worden war, endlich anfingen, ein Ende zu nehmen. Eine Partei jedoch, eine einzige, natürlich, natürlich, nämlich die der Jesuiten, welche durch die Thronbesteigung des Bearners ihre Idee von der Habsburgischen Universalmonarchie vernichtet sah, oder doch zumindest zeitweise aufgehalten, ließ sich nie zu einer Verständigung herbei, sondern versuchte es von nun an, weil sie keine Aussicht mehr zur Erneuerung des offenen Kampfes hatte, ihren Zweck, durch geheime Kabalen und Verschwörungen, durch geheime Ränke und Missetaten zu erreichen. Heinrich IV. sollte fort aus der Welt, koste es, was es wolle. Denn unter einem so feinen Staatsmann und unter so einem feinen, gewaltigen Krieger, wie er einer war, mussten sich Frankreich notwendigerweise viel zu hoch erheben, als dass es später von den Habsburgern mit Leichtigkeit bezwungen werden konnte. Er sollte also fort, und zwar geschah dies am besten, schnellsten und sichersten durch Mord. Aber freilich, ein eigentlicher Jesuite, das ist ein wirklicher Angehöriger des Ordens Jesu, durfte die Tat nicht begehen, weil daraus natürlich möglicherweise für die Existenz der ganzen Gesellschaft Gefahr erwachsen wäre, und somit blieb nichts anderes übrig, als unter der übrigen Menschheit nach einem passenden Werkzeug zu fahren. Auch fanden sich solche Werkzeuge, und zwar nach und nach ihrer Dreie, nämlich Peter Barriere, Jean oder Johann Chateau, und Franz Ravaillac. Aber erst den Letzteren sollte es gelingen, den König zu Tode zu treffen. Im Sommer des Jahres 1593 sprach in Lyon den Dominikaner Pater Serafien Barchi, einen Agenten des Herzogs von Florenz, ein Mann von etwa 30 Jahren, welcher in Kleidung und Benehmen den früheren Soldaten verriet, auf der Straße an und verlangte von ihm, dass er ihn augenblicklich beicht hören möchte. Der Dominikaner, durch den scheuen, aber zugleich fanatischen Blick des Mannes sonderbar ergriffen, nahm denselben mit in seine Privatwohnung und forderte ihn sofort auf, alles zu sagen, was er auf dem Herzen trage. Der Mann tat, wie ihm geheißen wurde. Aber seine Beichte musste etwas Furchtbares enthalten. Denn wie er damit zu Ende war, sah der Pater Serafien so schreckhaft blass aus, als hätte er soeben der Blitz neben ihm oder vor ihm eingeschlagen. Noch auffallender erschien, dass der Pater jetzt dem neu gewonnenen Beichtlinge keineswegs wie sonst gebräuchlich die Absolution erteilte, sondern ihm diese Absolution vielmehr unbedingt verweigerte, indem er ihn zugleich mit heftigen Worten anließ. Inmittendessen trat ein Herr von Brunsa Leone, ein Edelmann in den Diensten der Königin Luise, der Witwe Heinrichs III., in die Wohnstube des Dominikaners und daraufhin stürzte der Mann in Soldatenkoller eiligst aus dem Zimmer hinaus. Doch hatte der Herr von Brunsa Leone Zeit genug, denselben genauer ins Auge zu fassen und dies tat er mit einem so geschärften Blicke, dass er gleich im ersten Augenblick gemerkte, wie hier etwas ganz Ungewöhnliches vorgegangen sein müsse. Auch blieb er nicht lange im Unklaren darüber, worin dieses Ungewöhnliche bestehe. Denn der Dominikaner, der vor Schreck und Aufregung zitterte, teilte ihm alsbald alles mit, was ihm dieser Mensch im Soldatenkittel unter dem Siegel der Verschwiegenheit als Beichtgeheimnis anvertraut hatte. Er teilte es ihm mit, weil es sich hier um Leben und Tod handelte und weil das Glück von ganz Frankreich auf dem Spiegel stand, wenn er nur einen Moment zögerte, mit der Sprache herauszurücken. Der Mann nämlich, der soeben aus dem Zimmer gestürzt war, ein früherer Soldat in der Armee des Herzogs von Guisen, hieß Peter Barriere und hatte nichts Geringeres im Sinne, als den König Heinrich IV. zu ermorden. Ja, wir wissen ja aufgrund der Geschichte mit der Ermordung Heinrichs III. gerade eben, dass sie keinen anderen erwischen konnten, außer den Ordensvater von dem Dominikaner, der versucht hat, der den Mord begangen hatte an dem Vorgänger, Heinrich III. und wahrscheinlich wird das ihm durch den Kopf gegangen sein, als er diese Beichte hörte und er wusste, er könnte wohl wahrscheinlich besser das irgendwo selbst jetzt berichten gehen, weil er sowieso sonst wahrscheinlich auch von vier Pferden vier geteilt werden würde und das Schicksal des Leiters, des Klosters von dem Dominikaner, der den Vorgänger ermordet hatte, sonst teilen würde. Gehe ich jetzt mal eben so von aus. Diesen Gedanken wollte er schon vor längerer Zeit gefasst haben und zwar hauptsächlich auf die Zusprache eines Jesuitenpaters hin. Allein, als er dann später einigen anderen Geistlichen, darunter auch dem Großvikar des Erzbischofs von Lyon, sein Vorhaben gebeichtet, wäre es von diesen aufs Eindringlichste davon abgemahnt worden. Dasselbe tat, wie wir soeben gesehen, auch der Dominikaner Serafin Barchi, ohne jedoch seinen Zweck zu erreichen, denn Peter Barriere oder Labar stürzte zum Zimmer hinaus mit dem Rufe, er werde sofort nach Paris gehen, um sich da selbst in der Jakobstraße bei den Söhnen Loyolas einen besseren Rat erteilen zu lassen. Es war also keine Minute Zeit zu verlieren, wenn König Heinrich gerettet werden sollte und Bronsalione warf sich daher nach kurzer Rücksprache mit dem Pater Serafin aufs Ross, um nach Nevers zum Herzog gleichen Namens zu jagen, damit dieser ihn mit einem gültigen Pass versehe. Der Herzog tat dies auch sogleich und Bronsalione jagte sofort weiter, den König aufzusuchen. Allein er stieß unterwegs auf so viele Hindernisse, dass mehrere Wochen vergingen, ehe er die Stadt erreichte, wo Heinrich IV. damals vorübergehend residierte. Unterdessen war Barriere richtig in Paris eingetroffen und wurde da von dem Pfarrer von Saint-André-des-Arts mit Namen Christophe Aubry sogleich zum Rektor des Jesuiten-Kollegiums, dem Pater Claudius de Barade, gebracht. Dieser aber fasste die Sache ganz anders auf, als Serafin Barri in Lyon getan hatte. Denn er erklärte den Barriere sofort, die katholische Werbung des Königs sei nichts als ein politisches Komödienspiel, ohne irgendwelche innere Bedeutung und es könne nur der Tod Heinrichs, dieses abscheulichen Ketzers, der katholischen Religion, wirkliche Sicherheit gewähren. In einer Fußnote lesen wir über den Pater Komolet im nächsten Satz, dass es scheint, dass dieser Komolet war, nachdem ihm Barriere gebeichtet, seiner Sache ziemlich gewiss, denn er predigte gleich darauf in der Kirche St. Bartholomemi zu Paris über den Mord welchen Tod an dem Könige von Moab beging und schrie laut wir bedürfen ebenfalls eines Nots. Manche Worte sind einfach komisch, das sieht aus wie Rak, aber macht irgendwie keinen Sinn hier. Dieser Mönch, ein Soldat mag dieser ein Mönch, ein Soldat oder ein Hirte sein, gleich viel, wir bedürfen eines Nots. Aber tröstet euch, setzt er dann am Schluss seiner Rede hinzu, in wenigen Tagen werdet ihr ein göttliches Wunder erleben und der Himmel gebe, dass dieses Wunder glücklich vollbracht werde. Offenbar bezogen sich diese seine Worte auf den von Barriere zu begehenden Meuchelmord. So lesen wir dann weiter, ganz dasselbe Urteil fällte eben auch dieser Pater Komolet, welcher dem Barriere gleich darauf auf seines Rektors Befehl beichte hörte und so gelang es diesen Elenden, nachdem er vollends für sein Mordvorhaben vollständige Absolution erhalten, auch die letzten gewissen Skrupel zu entfernen. Er war also jetzt fest entschlossen, der Aufforderung der Jesuiten gemäß, den König Heinrich aus der Welt zu schaffen und kaufte sich zu diesem Behufe, sobald er das Haus in der Jakobstraße verlassen, ein starkes Messer, das er alsbald zweischneidig zuschliff. Darauf erkundigte er sich nach dem Aufenthalt des Königs und da erfuhr, dass dieser gerade in Saint-Denis sei, so eilte er sofort dahin. Weil aber die Gelegenheit hier nicht günstig war, so folgte er seinem hohen Wild von da nach Grouet, dann nach Crécy, auf nach Champs-sur-Marne, weiter nach Brie-Cain-Roubert und endlich nach der Stadt Milan, in dem er stets vergeblich danach später von seinem Messer Gebrauch machen zu können. In Milan endlich sollte seiner Jagd ein Ende gemacht werden, denn am 26. August kam Brunsa Leone da selbst an und auf seine Anzeige hin wurde Barriere noch an selbigen Tage durch den Großprofosen des Königlichen Hauses verhaftet. Nach kurzem Leugnen gestand der Elende alles ein und zwar ohne, dass man ihn nötig gehabt hätte, ihn auf die Folter zu bringen. Somit war er wie billig zu harter Todesstrafe verurteilt und erlitt diese auch bereits am 31. August 1593. Seine Mitschuldigen dagegen, die Patris Barade und Comulet, nebst dem Pfarrer Aubry, entgingen jede Ahnung, indem sie die Stadt Paris sich damals noch nicht an König Heinrich ergeben hatte und man ihrer also auch nicht habhaft werden konnte. Später aber, als auch Paris sich bereit erklärte, seinem rechtmäßigen Herrn zu huldigen, fanden sie es für gut, sich zuvor schon unter dem Gefolge des Kardinallegaten Plaisance heimlich aus der Stadt zu entfernen und in der päpstlichen Stadt Avignon Schutz und Sicherheit zu suchen. Der Mordversuch des Pater Barriere aber hatte keine nachteiligen Folge für König Heinrich IV. wohl aber für die Söhne Loyolas, denn in ganz Frankreich beschuldigte man sie ungescheut der geistigen Urheberschaft dieses Attentats. Über dem beschäftigte man sich an maßgebender Stelle auch mit dem Grund ihres Hasses gegen Heinrich und fand sofort aus, dass es sich bei ihnen um nichts Geringeres handelte, als die Krone Frankreichs einem auswärtigen Fürsten, den Habsburger Philipp, den Zweiten von Spanien aufs Haupt zu setzen. Es wurde daher für angemessen erachtet, sich anno 1594 von Regierungswegen in einer offenen Ansprache an das französische Volk gegen die spanische Machination zu erklären und zugleich mit Bezug hierauf einen neuen Eid der Treue von dem Untertanen zu verlangen. Ich möchte nur mal kurz auf das eben Gelesene hier eingehen, wo wir hier sagen, dass es sich bei ihnen, also bei den Jesuiten um nichts geringeres handelte, als die Krone Frankreichs einem auswärtigen Fürsten, dem Habsburger Philipp II. aufs Paup zu setzen. Leute, sag mal, wie bekloppt sind die Leute eigentlich? Ich stelle die Frage erstmal ganz im Ernst. Es geht doch gar nicht darum, dass die Jesuiten hier dem spanischen Könige dass sie den Habsburger über Frankreich setzen wollen. Der Habsburger ist doch nur eine Puppe von wem? Vom Papst in Rom. Jeder Katholik schwört seine erste Treue und Ergebenheit dem Papst in Rom. Jeder Katholik ist erst und hauptsächlich ein Bürger der Stadt Rom oder des Königreichs des Vatikan, des Königreichs dieses Antichristen und ist dem Antichristen untertan. Da spielt es doch gar keine Rolle, welche Puppen die gebrochen. wollen. Den Leuten sollte mal deutlich sein, dass man die Katholiken ausrotten, aber aus dem Land werfen muss, zusammen mit den Jesuiten. Weil die sind der Krebs, der von innen herein das Land zum Bluten und zum Sterben bringen. Beispiele dafür gibt es ja genug und schaut euch doch nur mal die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika an. Folgt die Lesung von Herrscher des Bösen, wo wir genau das bis ins Detail uns noch mal anschauen wollen. Sobald man den Katholizismus irgendwo auch neu klein wenig nesteln lässt, breitet er sich aus wie ein Krebsgeschwür. Zur Zeit der Gründung der Vereinigten Staaten 1776, was ja nur noch nicht so lange her ist geschichtlich gesehen, war weniger als 2% der amerikanischen Bevölkerung, also der Bevölkerung in den Kolonien, in 13 Kolonien, katholisch. Die Bevölkerung waren damals ungefähr 2,5 Millionen Menschen. 1,8% ungefähr waren katholisch. Der Rest war jüdisch oder anderer Glaubensrichtung. Und die 98%, die waren protestantisch. Die waren bibelgläubig. Von 1776 bis 2019, das sind 200 und knapp 40 Jahre. in diesen knapp 240 Jahren haben die Jesuiten es geschafft, in Amerika so viele Katholiken unterzubringen und so viele Protestanten katholisch zu machen, durch die Ökumene und andere Dinge, dass heutzutage geistig gesehen ein Übergewicht von mindestens 75 zu 25 katholisch gegenüber protestantisch ist. In 240 Jahren. von weniger als 2 Prozent. Eine einzige Kolonie ganz am Anfang war katholisch. Maryland. Und eine zweite kam dann später hinzu. Pennsylvania. Aber das waren die einzigen, die katholisch waren. Der Rest war alles protestantisch. Was erwarten die Leute denn hier in Frankreich, wo der Katholizismus durch die Jahrhunderte so dermaßen eingesät ist? Das ist doch genau dasselbe. Da kann ich die Jesuiten tausendmal rausschmeißen. Das bringt nichts. Wenn ich nicht alle Katholiken mit rausschmeiße, bringt das von Anfang an nichts. Weil der Katholik schwört seine Treue dem Papst in Rom. Einem fremden Herrscher. Das ist genau das, was der Autor hier erzählt. Dass die Jesuiten nämlich die Krone Frankreichs einem auswärtigen Fürsten zwischen Anführungszeichen dem Harps Popel Philipp II. aufs Haupt setzen wollen. Nein! Sie wollen die Krone Frankreichs dem Papst aufsetzen. Das ist doch der Punkt. Das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Wir dürfen solche Bücher nicht nur lesen, wir müssen diese Bücher auch verstehen. Solange der Katholizismus in Frankreich ist, sind es nicht nur die Jesuiten, sondern jeder Katholik strebt danach, seinen Eid in der Hinsicht zu erfüllen, der den Papst als ultramontan, als absoluten Herrscher erkennt, um die Krone seines Landes im Grunde dem Papst aufzusetzen. Ganz, ganz wichtig. Sag mal, seid ihr beiden eingeschlafen oder habt ihr vielleicht auch mal einen Kommentar? Nee? Ich recherchiere für mein Schlusswort. Okay, okay, es gibt ja auch Leute, die hören sehr konzentriert zu, das ist ja auch schön. Genau. Ja, dann fahre ich mal fort. Jedweder Franzose, fährt der Orte fort, er habe nun dem geistlichen oder Laienstande angehört, leistete diesen Eid. Nur allein die Jesuiten weigerten sich, es zu tun und schlossen, wenn das Volk darüber so wütend wurde, dass es wie zum Beispiel Lyon ihr Kollegium erstürmte, lieber ihre Schulen und Kirchen, als dass sie sich zur Nachgiebigkeit bequemten. Infolgedessen kam es in vielen Kreisen ernstlich zur Sprache, ob es nicht am Platz wäre, den Orden Jesu in Frankreich gänzlich zu verbieten. Ja, und namentlich beschäftigte sich auch die Universität von Paris, in deren Rechte die Jesuiten so vielfach und so gewalttätig eingriffen in dieser Frage. Also die Sorbonne. Ja, sie brachte sogar, wie ich schon in einem früheren Buch gezeigt hatte, ihren alten Streit mit der Sozietät Jesu abermals vor das Parlament und König Heinrich drang mit allem Ernste darauf, dass dieser Gerichtshof endlich einmal sein Urteil fälle. Es stand also viel auf dem Spiel. Ungemein viel, sozusagen die ganze Existenz auf französischem Boden. Und diese Existenz konnte überhaupt nie als eine gesicherte erscheinen, solange ein König auf dem Thron saß, welcher nur aus Gründen der Politik katholisch geworden war. Solange Heinrich IV. lebte, welcher den Protestanten dieselben Rechte einräumte, wie den Rechtgläubigen, zwischen Anführungszeichen, den Katholiken und sich fortwährend von seinem ketzerischen Minister Sully beherrschen oder doch beeinflussen ließ. Sully, ich verkaufe einen Wein, der geht zurück auf diesen Sully, der war Innenminister unter Heinrich IV. Ein wunderbares Weingut in der Provence im Süden von Frankreich. habe ich immer sehr gerne verkauft, den Wein, vor allen Dingen eben, weil ich wusste, dass er Minister unter Heinrich IV. Heinrich IV., das werden wir ja auch gleich noch lesen, der halt hier in 1594 das Edict von Nord eingeführt hat. Die Religionsfreiheit oder den Religionsfrieden durch die Protestanten dieselbe Rechte einzuräumen wie den Katholiken. Also eine wie sagt man Freedom of Religion. Religionsfreiheit einzuführen für die Protestanten, die bis dahin verfolgt wurden. Und dieser Sully, der hat ganz 100% auf der Seite mit Heinrich IV. mitgearbeitet. Fort also mit ihm, hieß es damals bei den Jesuiten. Fort mit ihm und unter allen Umständen und zwar so schnell als möglich, weil jeder längere Verzug Gefahr bringt. Bei den Worten blieben übrigens die Sünder Leolas natürlich nicht stehen. Nein, bei den Worten blieben sie nicht stehen, sondern sie ließen also bald die Tat folgen und ihr Werkzeug war diesmal Jean Châtel, ein Jüngling von 19 Jahren, den sie eigens zum Königsmord erzogen hatten. Hierbei ging es folgendermaßen zu. Am 27. Dezember 1594 kehrte Heinrich IV. aus der Picardie, wo er soeben neue Siege über seine Feinde erfochten, nach Paris zurück und verfügte sich sofort, gefolgt von einer jubelnden Menge Volks, in das Hotel Bouchage, in welchem Gabriel d'Estrée, Herzogin von Beaufort, seine schöne Geliebte wohnte. Hier empfing er die Huldigung verschiedener Pariser Herren, welche sich beeilten, ihren Monarchen zu begrüßen. Und da der Monarch sehr fröhlicher und offener Natur war, so wurde niemand abgehalten, sich ihm zu nähern. Unter anderem stellte sich ihm auch die Herren von Rani und Montigny vor und letzterer kniete nieder, um den Könige die Hand zu küssen, während umgekehrt der Monarch sich bückte, um ihn aufzuheben und zu ermachen. In diesem Moment nun drängte sich aus der an der Türe stehenden Menge ein hagerer, blasser, junger Mensch hervor, stürzte sich auf Heinrich den Vierten und führte mit einem Messer, das erschwang, einen heftigen Stoß gegen ihn. Der Mörder hatte es auf das Herz des Königs gemünzt, aber weil sich dieser eben bückte, ging der Stoß fehl und traf nur die Rippe. Diese wurde durchbohrt und sogar noch ein Lippe und traf nur die Lippe. Diese Lippe wurde durchbohrt und sogar noch ein Zahn zerbrochen, sonst aber erlitt der Regent keinen weiteren Schaden und er kam auch nicht einen Augenblick lang außer Fassung. Natürlich warfen sich auch nicht einen Augenblick die Anwesenden sogleich auf den Attentäter und beinahe wäre der selber in der ersten Wut zerrissen worden. Doch der König befahl, ihn dem Großprofessent zu übergeben und diesen Befehle musste man Folge leisten. Da wird irgendwas mit Gericht zu tun haben, schätze ich mal. Sofort begann man nun, während der Monarch in die Kirche von Notre-Dame eilte um Gott für seine Rettung zu danken die Untersuchung über das misslungene Verbrechen und gleich im ersten Verheirat, das allerdings bis spät in die Nacht hinein fortgesetzt wurde, erfuhr man die volle Wahrheit. Der junge Mensch hieß, wie oben schon gesagt, Jean Châtel und war der Sohn eines ebenso vermöglichen als geachteten bürgerlichen Ehepaars des Tuchmaßes Pierre Châtel und der Dame Denise geborene Hazard. Um ihm eine gute Erziehung zu geben, schickte ihn sein Vater zu den Jesuiten ins sogenannte Collage Clermont und hier studierte derselbe bis in sein 18. Jahr. Gute Sitten aber erlernte er da selbst nicht, denn wenn es je einen ausschweifenden und einen liederlichen jungen Menschen gab, so war Jean Châtel, der selbst von der Blutschande mit seiner jüngeren Schwester und er besaß deren zwei, aber keinen Bruder nicht zurückschickte. Übrigens fehlten bei ihm auch die Stunden nicht, in denen er von der bittersten Reue erfasst, der Verzweiflung völlig anheim fiel und eben eine solche Stunde war es, in welcher er den Gedanken, den König zu ermorden, zum ersten Mal fassene. Oft und viel nämlich hatte er in der letzten Zeit von seinem Lehrer der Philosophie, dem Pater Jean Ouré, die Doktrin gehört, dass es ein sehr verdienstliches Werk wäre, den Tyrannen Heinrich IV. aus dem Wege zu schaffen, weil derselbe die Ketzer begünstige. Und da kam ihm dann der Gedanke, ob er nicht dieses verdienstliche Werk begehen solle, um die Höllenstrafen, die sein erwarteten, wenigstens um einige gerade zu vermindern. Also mit anderen Worten, wenn ich den König ermorde, dann habe ich weniger Zeit im Fegefeuer, weil ich ein löbliches Werk tue, durch einen König zu ermorden, der ketzerisch ist. Da geht es um Strafverminderung. Genau das hat er im Auge. Und warum Strafverminderung? Weil er ein ziemlich liederliches Leben geführt hat, wo ich jetzt nicht auf die Einzelheiten drauf eingehe. Bald fasste der Gedanke Wurzel in ihm. Und da ihn der Rektor des Kollegiums, der Pater Jean Guinard, den er deshalb befragte, express versicherte, dass man durch eine besonders verdienstliche Handlung die ewige Verdammnis, die man sich durch begangene Verbrechen in Aussicht gestellt habe, nicht bloß mildern, nein, sondern sogar ganz abwenden könne, so senkten sich diese Wurzeln immer tiefer in sein Herz hinein. Am Ende so tief, dass er den festen Entschluss fasste, den König zu mollen. Damit aber dieser Entschluss nicht mehr wankend werde, nahmen ihn in der ganzen letzten Zeit die frommen Patris vom Orden Jesu auch noch die geistlichen Exerzitien mit ihm vor und brachten ihn durch die furchtbaren Bilder von der Hölle und den Höllenstrafen, die sie ihm aufrollten, in eine fast wahnsinnige Ekstase. Heute macht man das mit solchen Gehirnprogrammen wie MK-Ultra und so weiter. Kurz aus den Bekenntnissen Schattels wurde es nur allzu klar, dass niemand anders als die Jesuiten in dem Gedanken den König ums Leben zu bringen eingegeben hatten und das Volk von Paris wurde daher so wütend, dass es gegen das Collège Clermont anstürmte, um es mit allen seinen Insassen in Flammen aufgehen zu lassen. Man musste daher eine starke bewaffnete Mannschaft aufstellen, um den verhassten Loyoliten dieses zu ersparen und selbst mit dieser Maßregel würde man nichts ausgerichtet haben, wenn man nicht sofort den Pater Guerrit den Lehrer Schattels in Verhaft also Untersuchungshaft genommen und zugleich bekannt gemacht hätte, man werde das ganze Collegium genau durchsuchen und mit größter Strenge gegen die Schuldigen verfahren. Die Durchsuchung wurde auch wirklich sogleich vorgenommen und in Folge derselben brachte man den Rektor des Collegiums, dem Pater Guinard, ebenfalls an die Conciergerie, wo selbst die sämtlichen übrigen Gefangenen saßen. Man fand nämlich in einer geheimen Schublade seines Schreibtisches Verschiedene verschiedene Manuskripte Manuskripte, in welchen er den Königsmord ganz ungescheut verteidigte und unter anderem von Jacques Clement sagte, derselbe aber eine äußerst heldenmütige Handlung begangen, als er den König Heinrich III. ermorderte. Ferner stellte er in diesen Schriften den Satz auf, dass es so lange keinen Frieden und kein Glück für die katholische Kirche gebe, als bis die französische Krone dem Bourbonischen Hause entrissen sei und schließlich versuchte er den Beweis zu liefern, wie es für jeden Katholiken Pflicht sei, den Fuchs von Bern, das ist der König Heinrich IV., der sich schlimmer Gedärbe als ein Herodes auf offene oder heimliche Weise aus der Welt zu schaffen, indem eine regelrechte Bekriegung desselben zu nichts geführt habe. Also, wenn wir ihn mit Krieg nicht umbringen können, dann machen wir ihm einen Meuchelmord. In der Tat grässliche Lehren. Lehren ganz dazu angetan, den Abscheu der Welt gegen die ganze Sozietät Jesu zu lenken. Denn konnte man sich von nun an die Jesuiten Kollegien als etwas anderes denken, denn als Pflanzschulen für den Meuchelmord und die Meuchelmörder? Das sollten wir uns mal ganz dick hinter die Ohren schreiben und das auf jede heutzutage auf der Erde existierende jesuitische Hochschule und Universität zupassen. Geistig werden dort Mörder erzogen. Das unterschreibe ich aber 100% hier. Nachdem nun übrigens die Beweise sowohl gegen Chattel als gegen die besagten Jesuiten so klar zutage lag, schritt das Parlament sofort zum Urteil Spruch und verdammte zuallererst den Mörder zu der ihm gebührenden Strafe. Dies geschah bereits am 29. Dezember, also nur zwei Tage nach dem Mordversuche und die Strafe wurde ebenfalls noch am Abend des genannten Tages beim Schein der Fackeln vollzogen. Und eine recht furchtbare Strafe war es, denn man führte den Deliquenten zuerst auf dem Platz vor der Kirche von Notre-Dame und all da musste er im bloßen Hemd und auf den Knien liegend Abbitte leisten für seine beabsichtigte Tat. Dann führte man ihn im Schinder Kern auf den Gräveplatz, wo die Henker bereits parat standen, um ihn mit glühenden Zangen an den Händen und Schenkeln zu zwicken. Darauf gab man ihm das Messer in die Hand, mit dem er nach den König gestochen, legte diese Hand auf einen Block und hieb sie mit einem Weile ab. Endlich spannte man an seine Arme und Füße vier Rosse und riss ihn auf diese Art in vier Stücke. Diese Stücke aber, nebst der Hand und dem Rumpf, warf man auf einen Haufen Holz, das man sofort anzündelte und verbrannte so alles zusammen, in Asche. So endete Jean Châtel, der meuchelmörderische Zögling der Jesuiten und nicht minder streng war das Urteil, welches vom Parlament gegen die Jesuiten gefällt wurde. Der Pater Guinard nämlich wusste, wie Châtel am 7. Januar 1595 kniend und dem bloßen Hemde vor Notre-Dame Buße tun und erlitt dann auf dem Gräfplatz die Torestrafe. Dem Pater Guéret schenkte man das Leben, verbannte ihn aber nebst fünf anderen seiner Kollegen auf ewige Zeiten vom französischen Boden. Die Jesuiten selbst als großes Ganzes wurden, weil sie überwiesen waren, als Verführer der Jugend, als Störer der öffentlichen Ruhe, sowie als Feinde des Königs und des Staates gewirkt zu haben, aus ganz Frankreich verbannt und hatten ihre Kollegien und Häuser innerhalb zweier Tage von der Verkündigung an, das Land selbst aber innerhalb 14 Tagen zu räumen. Schließlich befahl noch das Parlament, das Haus, worin Chantel gewohnt, einzureisen und sobald dies geschehen, ließ es an seiner Stelle eine Pyramide errichten, auf welcher die Schandtat des Mörders sowie die Niederträchtigkeit seiner Lehrer, der Jesuiten, mit goldenen Buchstaben eingegraben wurde. Auch die späteste Nachwelt sollte nicht vergessen, was gegen das Ende des Jahres 1594 in Paris grässliches geschehen und namentlich sollte der Abscheu von der Sozietät Jesu ein ewig unverwischbarer bleiben. So wollte es das Parlament von Paris, in welchem fast lauter Weltlinge und aufgeklärte Männer saßen. Allein es stand leider nicht allzu lange an. So gelang es den Söhnen Loyolas diesen Willen vollständig zu durchkreuzen. Also es wehrte nicht lang. So streng nämlich auch der Befehl lautete, welcher die Jesuiten aus ganz Frankreich verjagte und so sehr man in einzelnen Städten wie Paris, Rennes, Dijon, Rouen und so weiter von Seiten der Patris ihn zu umgehen und namentlich blieben nicht wenige von ihnen ganz unbehelligt im Lande, nachdem sie sich vorher in weltliche Kleidung gesteckt. Als ob sie hier nicht bereits geübt haben für das Verbot 1776 durch Papst Clement den Dritten, wo der Jesuiten Orden im Allgemeinen verboten wurde und das im Grunde nur die Chance gegeben hat, dass sie Untergrund gingen und dass man heute, wenn man zum Beispiel zu einem Anwalt geht, überhaupt nicht mehr weiß, ist das ein normaler Anwalt oder ist das ein Jesuit. Sie haben sich in weltlicher Kleidung versteckt, sie haben sich in weltlichen Berufen versteckt, sie haben sich im weltlichen versteckt. Deswegen sagt man unter jedem Stein ist ein Jesuit. Das sagt man mir jedenfalls nach, dass ich so sage. Ja, das ist Guienne und Languedoc sowie nach Lothringen, wo der letzte der Guisen, der Herzog von Mayenne, sich mit der Unterstützung Spaniens immer noch gegen den König Heinrich hielt und in den Städten Toulouse, Metz, Verdun und so weiter wimmelte es daher eine Zeit lang förmlich von schwarzen Rücken. Kurz, der Befehl ihrer Ausweisung blieb zum großen Teil ein Papierner und man merkte es an den Umtrieben, das sie zum Beruf ihrer Wiedereinsetzung wagten, gar bald, dass gerade die Einflussreichsten von ihnen geblieben waren. Davon nämlich ausgehend, dass man, um die Gunst eines Monarchen zu gewinnen, vor allem die nächste Umgebung dieselben auf seine Seite bringen müsse. Davon machten sie gewisse Günstlinge, Hofgünstlinge, wie die Herren Bellivre, La Varenne und andere, welche dem König Heinrich IV. das waren, was später Lebel, der Verfolger des berühmten Kirchpaar, Kirchpaar, Kirch, Hirschpaars, was ist das denn hier, des berühmten, das ist echt ein komisches Wort, könnt ihr das lesen? Ne, auch nicht? Also ich würde Hirsch schon fast daraus lesen wollen. Ja, ich lese auch Hirschpark, deswegen wie gerade man das. Ja, Hirsch, ja. Das berüchtigten Hirschparks, ja, okay. Ich dachte, das kann doch nicht sein, Hirschpark, macht das Sinn, aber ja, es ist Hirschpark, ja. Also, welche dem König Heinrich IV., das waren, was später Lebel, der Verfolger des berüchtigten Hirschparks, dem König Ludwig XV. wurde, und über dem vernachlässigten sie selbst die Schürze einer Kammerzoofe nicht, wenn sie mittelst derselben hoffen durften, in das Schlafzimmer einer königlichen Mätresse zu dringen. Ihr müsst mich entschuldigen, aber teilweise ist sie so fett gedruckt und verschwommen, dass ich das wirklich, also, teilweise schon die Buchstaben nicht mehr gut lesen kann. Da liegt es an mir, aber ich habe schon bessere gedruckte Frakturseiten gelesen als das hier. Am meisten jedoch versprach sich der Orden Jesu von den Bemühungen seines großen Gönners, des damaligen Papst des Clemens VIII und in der Tat setzte dieser Antichrist auch Himmel und Erde in Bewegung, um einen Umschwung zugunsten der Sozietät in Frankreich herbeizuführen. Freilich mehrere Jahre hindurch ganz ohne Erfolg, in dem Heinrich IV. weder auf die Vorstellungen des Kardinallegaten Villeroy oder Villeroy wie die Porzellanfirma Villeroy und Boch hier, der als Gesandter Roms in Paris fungierte, noch auf die vielen eigenhändigen Briefe des Papstes selbst etwas gab. Allein mit dem Jahr 1599 wurde dies noch anders. Damals nämlich war ein Heinrich IV. der entschluss, sich von seiner Gattin Margarete de Valois zu trennen, zur Reife gediehen und er ging also den Papst an, die Ehescheidung auszusprechen. Dasselbe, was Heinrich VIII. ja auch wollte. Ein paar Jahre später. Früher. Diesen Verlangen zu willfahren erklärte sich sofort der Letztere gern bereit, aber nur unter der Bedingung, dass das gegen die Jesuiten erlassene Verbannungsedikt zurückgenommen werde. Und was konnte nun Heinrich IV. machen? Im Englischen sagt man Caught Between Rock and Hard Place oder Catch 22. Er versprach zu tun, was der Papst wollte. Doch sollte dieser ihm Zeit lassen, damit er seine Franzosen gehörig vorbereiten könne. Kurze Zeit darauf, ebenfalls noch im Jahr 1599, verheiratete sich Heinrich IV. von Neuem vernehmlich mit Marie von Medici, einer Tochter des Großherzogs von Toskana. Und da dieselbe seit ihrer ersten Jugend in den Händen der Söhne Loyolas gewesen war, so lässt sich natürlich denken, dass sie von dem Tage ihrer Hochzeit an keinen günstigen Augenblick versäumte, um ihrem Gemahl den Orden Jesu günstig zu stimmen. Über dem brachte sie den Vater Lorenz Magius mit an den Hof und dieser einen allen Ränken erfahrener Jesuite, zugleich aber auch ein feiner Gesellschafter und Witziger Kopf gewann bald den fast mehr als großen Einfluss auf den König. Solches hatte zur Folge, dass man sich von jetzt an in der Behandlung der Söhne Loyolas, wenn sie inkognito ins Land zurückkehrten und da und dort in weltlicher Kleidung als Lehrer auftraten, einer großen Schonung befleißigte. Doch zögerte der Monarch noch mehrere Jahre lang, sie gesetzlich zu restituieren und das Verbannungsedikt blieb diese ganze Zeit über in faktischer Geltung. Da ward im Jahre 1603 französisch Lothringen die letzte Provinz, welche noch den Gwiesen anhing, bezwungen und sofort verlegte Heinrich IV. seinen Hof eine Zeit lang nach Metz. Kaum aber war er hier eingetroffen, so begehrte der jesuitische Provinzial dieser Provinz, der Pater Ignaz Armand in Begleitung der Klügsten seiner Untergebenen ich habe weiter oben schon gesagt, dass es in Metz sowie überhaupt in französisch Lothringen Überfluss an Jesuiten hatte, Audienz beim Monarchen unterhielt sie auch durch die Vermittlung vor Quetz de la Varenne des Vertrauten der königlichen Schoß Sünden. Kniend bat er sofort den Monarchen die Zusage zu erfüllen, welche derselbe dem heiligen Vater zu Rom gegeben und weinend beteuerte er mit einem heiligen Eidschmur, dass es für die Zukunft in ganz Frankreich niemand dem Orden Jesu an Treue und Ergebenheit zuvortun wolle. Kurz, er ließ kein Mittel und versucht den König Heinrich zur Zurücknahme des Verbannungsethics zu bewegen und schließlich erlebte er auch wirklich die Freude mit seinem Anliegen Doch im selben Jahr nämlich, das ist zu Anfang des September 1603, erlaubte der König den Söhnen Loyola sich in den Städten Toulouse, Argent, Rode, Bordeaux, Perigeur, Limon, Tournon, Le Puy, Oberas, Béziers, Lyon, Dijon und La Flèche niederzulassen. Dagegen durften sie diesen in den übrigen Teilen Frankreichs nicht tun, außer mit besonderer königlicher Erlaubnis. Eben diese Erlaubnis gehörte dazu, wenn sich die Jesuiten Güter erwerben wollten oder wenn sie Schenkungen machen ließen und über dem mussten sie alle geborene Franzosen sein. Endlich musste ein jeder von ihnen einen heiligen Eid leisten, sich den Landesgesetzen zu unterwerfen und nie und nimmer auf die Ausnahmsprivilegien, welche ihnen von den Päpsten nach und nach erteilt worden waren, Anspruch zu erheben. Das waren die Bedingungen, unter denen die Söhne Loyolas trotz des heftigen Widerspruchs des Parlaments von Paris in Frankreich wieder zugelassen wurden. Und hoch erfreut schworen sie alles zu, was man von ihnen verlangte. Natürlich, sie haben ja ihre mentale Reservation können alle schwören, was von ihnen verlangt wird, ohne es halten zu müssen. Sie hätten sogar recht gerne noch viel schwerer zu Haltendes beschworen, wenn man dies für notwendig erachtet hätte. Denn was lag ihnen an Eidschwören, die sie nicht zu halten, schon zum Voraus gesonnen waren, bestätigte Autor das, was ich eben noch kurz habe kommentieren wollen. Und damit kommen wir heute nach einer guten Stunde Lesung zum Abschluss dieses Teils der Lesung, also der 25. Lesung, in dem zweiten Band, in dem sechsten Kapitel des sechsten Buches von Karl Theodor Griesinger über die vollständige Geschichte der jesuitischen offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt für das deutsche Volk bearbeitet von Theodor Griesinger. Ich fand es eine wunderbare, Der Auto ging jetzt hier auf das Edikt von Nantes nicht besonders ein. Das ist aber auch nicht nötig. Das haben wir nämlich früher schon in dieser Lesung gemacht. Aber meine Leser sollten bitte berücksichtigen, dass sie das im Hinterkopf behalten. König Heinrich IV. hat die Religionsfreiheit in Frankreich eingeführt und hat damit ein Ende an die Verfolgung der Huguenotten gebracht, die ja ein paar Jahre zuvor, 1572 mit dem Sankt-Bartolomäus-Massaker und in einer folgenden Zeit durch die Medici schwer verfolgt wurden in Frankreich und hat da einen beinahe hundertjährigen Frieden für diese Menschen gebracht. Und jetzt denke ich mal, dass meine beiden Brüder hier auch noch einen abschließenden Kommentar haben und da ich ja weiß, dass Michael die ganze Zeit das vorbereitet hat, möchte ich ihm auch das letzte Wort erteilen. Also hören wir erst, was Victor zu sagen hat. Ja, vielen Dank für die Lesung. Ich fand es heute wieder sehr interessant in hinsichtlich der Art und Weise, wie dann letzten Endes wieder versucht wird, den König, den Herrscher zumindest zu beeinflussen. Also man muss ihn nicht zwangsläufig entfernen, aber man kann ihn dann auch irgendwie beeinflussen. Also ich war damals, ich glaube 2000, im Jahr 2000 war das eine Studienreise in Florenz und heute begreife ich erst eigentlich auch so den ganzen Umfang dieser Familie Medici, wer da mal war, auch Toskana und so diese ganzen Landgüter und alles, also der Besitz und es gibt ganze Museen, die gefüllt sind mit Porträts und dergleichen. Also ja, Wahnsinn, wie da dann wieder auch einflussreiche ja, Menschen sozusagen da verkuppelt werden mit dann dem Herrscher und dort dann auch wieder in irgendeiner Art und Weise versucht wird, Einfluss auszuüben. Ja, ich meine, wie ist das dann eigentlich heutzutage? Man sieht ja häufig auch so die ganzen, ich sag mal, so Regierungspersonen häufig ja auch immer in so einem Tross, mit gewissen, ja, ich sag jetzt mal nicht Beichtfiltern, aber wir kommen dann ja auch wieder auf diesen Punkt, wo die Jesuiten ja offiziell verboten wurden und ja, was machen sie dann einfach? Ja, sie wechseln ihr Gewand. Also sprich, wir haben trotzdem denselben Wein, nur in einer neuen Verpackung und es zeigt sich da dann doch auch schön auf, wie damals schon und über die folgenden Jahre dann später auch, jetzt nicht nur in Frankreich, aber auch in vielen anderen Ländern ja auch die Herrscher beseitigt wurden und sicherlich gibt es da auch immer dann diese ähnlichen oder ja, ähnliche, sag ich jetzt mal ähnliche Muster, die wir jetzt schon vor, ja, das, wovon jetzt schreibt der Griesinger, von Ende des 16. Jahrhunderts, also da ist schon einiges, einige Jahre seitdem bis heute ins Land gegangen, aber häufig sind die Muster doch immer wieder dieselben oder ähnlich und ja, fand ich dahingehend sehr interessant. Bin ich mal gespannt, was der Bruder Michel noch zu erzählen hat und dann freue ich mich aufs nächste Mal und sage dann an der Stelle Tschüss. Ja, vielen Dank für die Erteilung des Wortes und vielen Dank für eure Wortbeiträge und eure Gedanken. Ich bin hier vom Höcksgen auf Stöcksgen gekommen, so wie wir hier am Niederrhein Platz sagen. Ich habe mir so viele Notizen gemacht, dass ich gar kein abschließendes Resümee habe. Außer dass ich den großen Kreis gezogen habe und mir so ein kleines Licht dann aufgegangen ist, als wiederum von der Sorbonne und von der Universität die Rede war. Für mich liegt hier eigentlich so der Ursprung darin, dass wir diese ganzen Probleme, die wir heute haben, ist in der Vermischung von Kirche und Staat. Und zwar genau da, wo es den Menschen am allerwenigsten bekannt ist, in der Bildung, der Jugend, in der Einrichtung, der Universität, in den Schulen, in den Kindertagesstätten, Kindergärten und so weiter. Das zieht sich mittlerweile durch unser Leben so durch. Und wir sehen jetzt hier im Beispiel von Frankreich, dass damals die Jesuiten, wenn wir in den ersten Band von Griesinger zurückgehen, da auch angeboten haben, dass man an ihren Universitäten kostenlos studieren könne und dürfe. Das sind die Leute, die dieses Angebot wahrgenommen haben, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass die Inhalte, die da vermittelt werden, immer in eine gewisse Richtung gelenkt werden und eben nicht der Weisheit sozusagen letzter Schluss sind. Und das Ergebnis sehen wir heute, heutzutage sind wir da komplett durch diese Mischung zwischen Kirche und Staat. Dafür braucht es dann eigentlich nur eine entsprechende Bildungseinrichtung und einen Bildungsauftrag, denn die Lehrer und die letzten Endes die Leute, die eigentlich die Wahrheit erzählen sollen, die unseren Kindern die Wahrheit näher bringen sollen, die unseren Kindern die Wahrheit nahe bringen sollen, so geschult sind, dass sie es eigentlich gar nicht selber merken, denn die sind wiederum auch einem Kollegium unterstellt und dieses Kollegium kommt dann zusammen und von diesen sogenannten Man in Black sozusagen, von diesen Menschen im Hintergrund kriegen wir und auch die Schüler und auch vermutlich die Lehrer gar nicht viel zu Gesicht, das sind dann eben diejenigen, die dann ihre Ausführungen und ihre Interpretation der Geschichte in die Geschichtsbücher stampfen und die verstecken sich dann hinter Gremien, hinter Verlagen, hinter Publikationen und so weiter und so fort und das ist dasselbe Muster wie in der Politik auch, das sind nicht die Politiker, die die Gesetze beschließen, sondern es sind letzten Endes diejenigen, die die Gesetze beschließen und die den Politikern nachher nur noch zur Abstimmung vorgeschlagen werden und die erfolgt dann auch noch parteiübergreifend und parteikonform, da gibt es dann auch noch einen sogenannten Parteizwang so viel dazu erstmal das hat bei mir eigentlich so dieses Element nochmal wachgerüttelt dass ich sehe dass da so die Ursache ist dass die Jesuiten unheimlich schlaues angestellt haben dass ihre Lehre eigentlich des Futurismus ihre Interpretation der Geschichte ihre Wertmaßstäbe letzten Endes den Jüngsten schon aufgedrückt haben diese absolute Egoismus diese absolute Ausführung jesuitischer Prinzipien der Kasuistik und Sophistik seit dem Ende des 16. Jahrhunderts schon durch alle europäischen Universitäten durchgedrungen hat und da haben die Leute nachher begeistert zugegriffen denn ich denke auch der Hunger nach Bildung war damals wie heute dementsprechend groß aber niemand hinterfragt die Lehrinhalte und für heute sind die Leute so wissenschaftsgläubig dass sie letzten Endes da Gott dem Gott der Bibel dem Schöpfer Gott letzten Endes dem Platz gar nicht mehr zugestehen wollen weil sie durch Jahrhunderte der Indoktrination gegangen sind und die ihnen letzten Endes die Augen völlig für die eigentliche Wahrheit verblendet haben und das ist mir in diesem Absatz hier absolut klar geworden deswegen bin ich hier vielleicht ein bisschen off topic aber für mich ist die Geschichte hier sowas von glasklar wenn man letzten Endes etwas erreichen will dann muss man die Leute dermaßen von etwas überzeugen sodass ja dass die Indoktrination quasi die Wahrheit wird und niemand mehr etwas hinterfragt weil das ja immer schon inzwischen zur Tradition geworden ist und diese Tradition des Nicht-Hinterfragens die pflegen wir hier auch in der sogenannten alten Welt in Europa leider 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 schon seit Jahrhunderten damit gebe ich das Wort mal wieder weiter an den Jörg der dir das letzte Wort erteilt hat und von daher bleibt mir nur noch zu sagen bis zum nächsten Mal Teil 26 hoffe ich euch wieder in diesem Video in dieser Lesung begrüßen zu dürfen ich hoffe dass es euch mehr oder weniger dieselbe Erkenntnis gegeben hat die Michael aus dieser Lesung heute gezogen hat und wenn nicht dann studiert bitte weiter und vergesst nicht dass ihr erst in der Bibel studiert und wie gesagt jedem der Englisch kann rate ich dann auch ein das ist das das das